Europa schottet sich immer weiter ab und lässt dabei tausende von Menschen im Mittelmeer trinken. In den letzten drei Jahren waren wir in der Rettung von über 30.000 Menschen im Mittelmeer beteiligt. Und mit eurer Unterstützung schaffen wir es auch in Zukunft. Bitte spendet jetzt oder werdet einfach Fördermitglied bei Sea-Watch. Ein Menschenleben ist unbezahlbar, Seenotrettung nicht.